Und ein Mann wurde vor ein paar Monaten belächelt, der heißt Lothar Matthäus und hat gesagt, ich würde dem FC Bayern München die Verpflichtung von Zero-Girassie raten. Und damals hat ihn keiner ernst genommen, am Ende ist es Harry Kane geworden. Und jetzt steht dieser Girassie nach vier Spielen bei acht Toren. Hat das einer von euch so gekommen sehen? Nee. Nein, aber wir haben da einen neuen Top-Stummer, glaube ich, in der Bundesliga, oder? Ja, wenn man jetzt auch sieht, Colomani für 100 Millionen zu Paris, was soll Girassie dann nächstes Jahr kosten? Weil ich denke, der wird sich dann auch automatisch auf einen Zettel von anderen Top-Klubs sicherlich spielen. Aber Kane Bayern finde ich auch gut. Gut für die Bundesliga, auch wichtig für die Mannschaft. Darf man nicht unterschätzen, weil ich vorhin einfach auch ein Leader jetzt gebraucht habe, nachdem Lewandowski da weggebrochen ist.